Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist CyberMatch, heute spiele ich mit meinem Bruder. Wie ihr sehen könnt, hatte ich schon ein paar Star Powers. Sag mal hallo. Moin. In zwei Wochen wird mein Bruder auch noch ein Video veröffentlichen auf meinem Kanal. Da wird er sein erstes Video machen, wenn ich mein PC zurück habe. Weil ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, dass mein PC, die Grafikkarte kaputt ist und so. Heute wollen mein Bruder und ich mich pushen auf... Wie viele wollen wir uns... Wir wollen mich auf die Schuppe oder Trophäe pushen und mich... Hä? Nur das? Das sind's gerade mal. Ja, aber wir wollen dich erst mal auf die Schuppe oder Trophäe oder auf die Tauben pushen. Und mich pushen wir bis 8 Bit. Okay. 8 Bit habe ich ja noch nicht. Wie viele Trophäen fehlen denn noch bis 8 Bit? 40, 50, 240. Über 4. Okay, Leute. Wie werden mein Bruder jetzt auf 8 Bit pushen? 750. Trophäen. Also, wir werden insgesamt 5 Runden spielen, ich und mein Bruder. Dann würde ich sagen, let's go. Welche Starpowers soll ich nehmen? Warte, ich im Cadian Browler? Nein, nimm den, er soll ich nicht kommen. Ja, aber dann kommen wir auf, mit welchen Starpowers haben. Ja, und? Welche soll ich... Ich nehme einfach mal die bessere. Ja. So, los geht's. Weiter, ich hoffe, die Starpower für Rosa. Nee, easy. Erste Runde. Woo! Ich habe schon direkt an Leon mit Starpower gewinnen. Echt? Hast du? Ja, die Hoffnung. Ah, nein, der hat keine. Ja, dieser Tiki auch nicht. So, ich spring mal kurz hin. Sammeln. Okay, das war der. Ja, easy clap. Digga, das ist mein Duster in Kompars. Digga, der hat doch kein Starpower. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe auch... Allt, dass ich und Shelly die Einzigen sind mit Starpower in der Runde hier. Scheiße, ich bin tot, ich bin tot. Du musst aufpassen. Oh, fuck, dieser scheiß Hund, ich schwör. Der fuckt mich richtig ab. Als ob er keinen Schub trefft. Leute, das sieht jetzt nicht so gut aus für uns. Buschka, Buschka, los, lasst ihn hoch. Okay, Holy Bob. Ja, das nehme ich mal, reingekackt. Wenn ich das Video hochgeladen habe, dann werden wir, ähm, also, alleine stehen. Ah, du meinst die, die nicht Starpower? Ja, ja. Die sind doch halt nicht... Leute, nicht wundern, ich bin schlecht. Also, das ist nicht mein Main-Account. Da, auf mein Main-Account habe ich Strike drauf, aber der ist leider... Der ist leider gelöscht worden. Der, 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 der... Nicht jeder, nicht leider, der ist nicht los. Digga, wer hat keine Starpower? Capranka. Ich habe schon, er wollte es mehr zu. Ja, jetzt bist du gefickt. Nein. Ähm, noch. Ähm. Hä? Der hat mich schon tausend mal getötet, dieser Typ hier. Leute, lasst mal bitte ein Like und ein Abo da, wenn ich noch mehr Brautzers Videos machen soll. Haha, Ehre entwendet und nach Afrika gespendet und zurückgesendet, weil du keine Ehre hast und welche Brauchst. Äh, okay. Ganz toll, die einen kämpft mit Busch und die andere... Ich bekomme... Ich bekomme... Ich bekomme... Ich bekomme... Ich bekomme... Ich bekomme... Ich bekomme Plus Null. Ah! Okay. Dafür nehme ich jetzt mal, wie mein Name auch steht. Lord Dine. Was ich verlasse? Warum? Lad dich ein. Du musst verlassen. Damit ich keine... Können wir auch Foto spielen? Ja. Wurde ich gerade anmachen. Ähm, welchen Bruder? Nee, nicht. Ich will ja... Ihr wisst ja. Also, ich erkläre es euch nochmal, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt. Also... Mein Grafik hat schon mal gespielt. Ich hab kurz jetzt gesehen. Und... In zwei Wochen kommt der erst wieder zurück und dann wird mein Bruder ein Video machen. Jetzt macht bereit. Und wieder rein. 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 Döner Mike. Döner Mike. Döner Mike. Döner Mike. Döner Mike. Döner Mike. Im Hintergrund hört ihr bestimmt auch unsere Vögel. Sag mal, hallo Fläuschen Rico. Achso, deswegen halt doch laut Rico. Du, damit ihr euch bevordert euch den Waller, Rico meine. Ich meine meinen Vogel Rico. Weil als ob ich mein Main Waller Rico sein soll. Ey, warte, warte. Ich tüte kurz zu zeig. Das ist doch eigentlich Bullshit. Okay, ich hab den Spike. Ach, Döner Mike. Der redet das doch. Digga, dieser Typ hier. Der hat schon... Wer ist das? Achso. Dieser Poco hat schon Star Power gehabt. Hä, als ob der von mir abhaut der Daryl. Oh, Pocky. Pocky, Pocky, Pocky. Losky, Losky, Losky. Ich dachte, das wäre einer seiner Lieblings Brawler. Soll ich Pocky? Also Pocky. Komm, hierhin, 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 hierhin. Hierhin, hierhin, hierhin. Ah, Spike wurde wieder geholt. Ich bin ja auch Döner Mike. Ich esse Döner. Du darfst meine Tarnung nicht auflegen lassen. Oh. Nein, ich wollte den Tick. Haha. Digga, der Typ hat Star Power. Der Typ hat Star Power. Ich glaube nicht, ich weiß, er fällt dir. Wenn er es als T-Mail anzieht, bekommt er ausreden. Du hast gerade wirklich deine... Nee, ich habe den Kurs geküttet damit. Ja. Oh, oh. Oh, so. Ich dachte, wir hätten schon gewonnen. Ja, Digga, das zweite Runde gewinnen wir. Ich möchte ihn töten nicht mehr so. Gut. Gut gemacht. Weiter geht's. Wir spielen auf drei Runden. Wir spielen auf drei Runden, Leute. Das war's dann. Ja, das war's dann. Ja, das war's dann. Weil das dauert lange, bis ich das Video lang geschnitten hab. Und ich kann das Video nur 15 Minuten lang machen. Ja, aber drei Runden gehen nur mit 15 Minuten. Ja, wir haben jetzt schon sieben Minuten. Mit zwei Runden. Geh weg von mir, du... Keck. Du machst keinen Döner wie ich. Du machst eher... Döner. Nicola, hör auf, Fake zu rülpsen. Ich rülpsen, ich kotze. Hör auf, Fake zu kotzen. Oh ja, das nenne ich mal schlecht. Der war's für deine Familie. Fuck. Weiter geht's. Ne, ich nehme einen anderen Bowler. Okay, dann nimmst du halt eben einen anderen Bowler. Ja. Ja. Ich hab ja auch eine Spure bekommen. Oh, Hadegar. Tschüss. Ich hab natürlich B gezogen. Du hast schon B. Das wärst mir meine Laune nicht. Ha! Irre! Ich teste mal kurz Amps aus. Warum? Ich wollte die schon immer mal spielen. Amps ist gut. Du hast es weg. Ha! Okay, jetzt wird die Grenzen fest. Mega, die sieht grad so aus, als würde die eine Kackkote sein. Ich nehme mal einen Definition, Bruder. Vom Ding. Hashtag Ballet! Du nimm Ballet? jetzt ist das Team Roboter. Roboter gewinnt. Daryl, ich hab die Mizun-Daryl gewinnt. Leute, wir haben zwei Folge Flasch und Nico Flaschi meckert gerade herum. Ich sehe nur Flaschis Kopf an der Lampe. Jolla! Moin, 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 moin. Moin, 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 moin. Pass auf, pass auf, pass auf. Moin, moin, moin. Okay, hab ihn. Hey, ich hab ihn. Ja, aber. Moin, moin, moin. Digga, Daryl. Digga, du brauchst die Fäschchen. Die Schuhsauer, die Schuh, die Zuschauer werden nicht so denken, Digga, warum, was wird denn so mit dem Daryl? Ja. Ich hab Daryl studiert. Ich kenn seine Attacken, die man mit den Spielen, was man machen muss, damit man ein guter, da die Mizun-Daryl ist. Weil, man muss sich den Daryl hinkaufen, da hat man auch Reuters viel Blut dabei. Dann braucht man noch die Star-Tower und dann ist man gewonnen. Ja. Ich hab die Figuren in den Tee gemacht. Ja, du hast die Sonny gelassen. Ja, hab ich noch mal gesagt, dass ich nicht gekauft habe. Okay, das ist jetzt Runde Nummer 4. Ja. Und gleich kommen wir zur letzten Runde. Ja. 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 weg, dass es nicht mag. Matteo, Matteo! Warte! Jetzt, jetzt geht's hier hin! Oh, wer will mit Daryl stress haben? Hey, Leute, ich hab ihn behindert, dass er die Star-Power ist eine... Du hast ihn behindert gemacht! Ja, er konnte seine... Du hast ihn behindert! Er konnte seine Ulti nicht mehr machen, der ist einfach nur dumm gewesen. Ach, was ist das so ein kleiner, süßer, süßer, süßer Häse-Panze! Flitz ist Karma! Ha! Flitz ist Karma! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Du-du-du-du! Nein! Das nennt man Karma, Nicola... Wie viel Trophäen? Feilt dir noch das Tier 5000? Eine! Ein Trophäen! Ha, ha ha! Komm, letzte Runde! mein freund ist immer jeden meiner videos verlinkt in zwei drei wochen kommen erst mal den ich in jedem meiner videos tragen werde erklärt gleich mein bruder der glaubt mir Gott nicht aber ich erkläre gleich welcher Merch und ich habe heute Ehre genommen ähm will sie nochmal Stacy wie meinst du? Ah Shelly auch so Shelly Ich bin tot! Ich bin tot! Ach Mathe! Ach Mathe! Ach Mathe! Er hat mich komplett weggeleidert. 7 zu 10. Egal. Weißt du, das ist bisschen komisch. Leute, warte, wir gucken kurz nach. Ja, ich hab sie jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und tschüss. Das war's mit dem Video.